So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe. Ich habe euch ja eben ganz schnell erzählt, wie das mit den ungewöhnlichen Aufgaben ist, was ihr da machen müsst. Jetzt kommen wir aber zu den, hier sind sie, die epischen Aufträge. Die epischen Aufträge sind halt wie jetzt hier nicht die blauen, auch nicht hier unten die grünen, nicht die weißen, sondern damit sind halt gemeint die wöchentlichen Aufgaben, also die lilanen. Also ganz simpel, ihr macht einfach die lilanen Aufgaben und so bekommt ihr halt die zwei anderen. Weil ich denke mal, wenn ihr alle Wochenaufgaben gemacht habt diese Woche, die halt mit der neuen Season reinkamen, dann habt ihr da eine 8. Wenn ihr noch zwei macht, die nächste Woche Donnerstag kommen, dann werdet ihr definitiv die 10 haben. Wie hoch das jetzt ausgeht, kann ich nicht genau sagen, aber ich denke mal, wenn man alle gemacht hat, bekommt man noch mehr XP. Aber ich denke mal, so konnte ich den meisten schon helfen, was damit gemeint ist. Und in dem Sinne, wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr wollt, natürlich gerne, wie ihr hier seht, meinen Creator-Code eintragen. Danke erstmal an die 34 Leute, die das bereits machen. Und in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit dem Leveln. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder sucht halt in der Missionsliste, was es noch für Aufgaben gibt mit der neuen Season. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.